Bei einem Hund im Geburtstag könnte man dir immer ein bisschen zum Nachdenken, man schaut zurück und man schaut viel, und von dir Gedanken hätte ich dir gerne erzählt. Das ganze Leben versuchst du nach oben zu steigen, alles richtig zu machen, möglichst nichts zu vergeigen, jeder kriegt sein Packchen mit auf die Reise, da mehr, da weniger, wie man weiß. Mit der Schildasch geht's auch, wobei ich mir gar nicht sicher bin, macht das, was wir da mitzahlen, schon einmal Sinn. Ganze Mühradl drumherum werden erwachsen werden, erste Lieb, erste Enttäuschung, es ist oft zum Lernen. Irgendwann werden die Packchen lernen, gehst auf die Waldgrenze zu, musst aber lernen, es schaut leichter aus, musst weitergehen. Aber der Blick ins Toil, der ist schon schön. Im Herbst bleibt dann die Lachen brennend, die Luft ist müde, wenn wir ein wenig rasten können. Ich mache, jetzt hucke mich echt einmal hin und schaue zurück und merke, wer zufrieden, dass ich bin. Mit der Liebe, der Familie, alles mit ihm ist so schön. Nicht der Bruder ist ja noch hucke, dann muss ich echt weitergehen. Die letzten paar Meter, weil ich auch noch schaffen, geht zum Gipfelkreuz, muss nichts mehr beweisen, muss nicht laufen. Niederhocken, jausnen, zur Frau mit langen, es ist ganz einfach, ein wenig Drama anzufangen. Das Herz ist ganz frei, wie die Sicht ins Toil. Ich muss jetzt auch einschlucken, Herrgott, Zeiten einmal. Ich würde gerne ein Seil oder eine Strecke finden und mich damit ans Gipfelkreuzung verbinden. Erstmal geht es Zeit zur Gis, sollte der Knopf aufgehen. Eure möchte ich nimmer. Der Dram war schön. Vierte. Daykart